Du bist Arbeitgeber und dein Unternehmen gehört zu den Unternehmen, die in der Krise mehr Aufwendung, mehr Arbeit, mehr Aufträge haben. Da kommt insgesamt auch auf deine Belegschaft mehr Anstrengungen zu. Und du kannst in diesen Krisenzeiten bis zu 1500 Euro steuerfrei deine Mitarbeitern zukommen lassen. Und ich zeige dir heute wie. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Rub-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung. Und wir helfen mehreren hundert Unternehmen pro Jahr dabei, ihre Firma zu gründen, zum Wachstum zu bringen, oder auch schließlich zu verkaufen. Und ein ganz wichtiges Instrument ist dabei natürlich auch die Motivation der Belegschaft. Und hierfür gibt es eine steuerfreie Sonderzahlung. Wenn du also von diesen 1500 Euro steuerfreier Zuwendung Gebrauch machen willst für deine Belegschaft, dann gilt es, die in dem Zeitraum vom 1. März bis zum 31.12.2020 auch auszuschütten. Normalerweise fallen bei Sonderzahlungen bei Entgelt oder entgeltähnlichen Leistungen immer Lohnsteuer an und auch Sozialversicherungen. Und das ist das Besondere, dass diese 1500 Euro befreit sind, sowohl von der Steuer als auch von den Sozialversicherungsbeiträgen. Das Ziel ist, dass Mitarbeiter, die ein besonderes Engagement an den Tag legen, auch besonders belohnt werden sollen in den Zeiten der Krise. Das heißt, die 1500 Euro gehen komplett eins zu eins durch an den Mitarbeitern. In dieser Sonderverordnung steht auch geschrieben, dass das nicht unbedingt Geld sein muss. Du kannst auch alternativ Sachleistungen, also Sachmittel, deinen Mitarbeitern bis zu einem Wert von 1500 Euro zukommen lassen. Wenn du also von der Krise betroffen bist, sei es durch mehr Umsatz oder weniger Umsatz, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir helfen dir sowohl bei der Beantragung von weiteren Fördermitteln und Liquiditätshilfen oder auch dem Kurzarbeitergeld und helfen deinem Unternehmen dabei, sicher und stabil durch die Krise zu kommen und möglichst schnell auch wieder den Normalzustand erreicht zu haben. Gerne kannst du nun zum Abschluss Daumen hoch machen zum Video, unseren Kanal jetzt abonnieren oder uns weiterempfehlen. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50 bis 100 Prozent. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Dein Daniel Schäfer.